Der Wind macht mir da jetzt keinen Strich durch die Rechnung. Ich möchte euch da die ersten Boten von der Wiesenmargerite zeigen, beziehungsweise eine Trockenwiesenmargerite genannt. Das sind die, die dann so wie große Gänseblümchen ausschauen. Schaut es einmal, also da sind die ersten Boten, so schaut es aus, bevor ihr das Ganze dann eine Blüte kriegt. Und hat einen kantigen Stängel. Ist jetzt eben schon ein gutes Merkmal und ist nicht verzweigt. Und steht es, hört es einmal im Hintergrund, steht es auf moderne Rapmusik. Darum wächst es nämlich, roto wahrscheinlich. Nein, Blödsinn, das mit Rapmusik, das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich nicht erforscht. Aber Wiesenmargerite ist zurück und wird bald ausschauen wie großes Gänseblümchen. Und dann zeigen wir es näher her. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.